Hallo und gesegn zum Stimmungsbarometer für den Mai 2015 und für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand nicht weiß, was das Stimmungsbarometer ist, beziehungsweise aus guter alter Tradition, ein paar einführende Worte. Im Stimmungsbarometer mache ich eine kleine Forschung auf den kommenden Monat, wie es mit den Let's Plays so weitergeht, wo Pause ist, was aufhört, was vielleicht neu anfängt und was sonstige Themen, wenn denn irgendwas ansteht. Und dieses Mal Stimmungsbarometer fühlt sich fast gleich an wie letzten Monaten, das hinterlässt immer so den Beigeschmack, dass ich meine, ich habe nichts gemacht einen Monat lang, was aber nicht ganz stimmt, weil es gab doch einige Videos, hauptsächlich Cities Skylines, vielleicht beim einfach so viel vom selben Spielen fühlt sich irgendwie so an, als wäre nicht viel passiert, aber ich greife da ein bisschen vor. Skylines wird natürlich nicht aufhören, noch macht es mir ja genug Spaß. Aber schauen wir mal rein in die Liste, die anfängt mit den Dingen, die zurzeit laufen. Ja, Checkliste und Notizblock nach wie vor immer noch so weit möglich bzw. so weit anwendbar. Wenn ein Spiel gut genug ist, dass wir eben eine Checkliste draus machen, sprich halbe Stunde in etwa, dann sehr, sehr gerne. Alles, was ein bisschen kürzer ist, so 10-15 Minuten wäre dann der Notizblock. Und es gibt schon einiges auf meiner Liste, was so ein bisschen kratzt am Notizblock, wo aber einfach vom Fortschritt her noch nicht weit genug ist, um wirklich ein gutes Video machen zu können. 10 Minuten irgendeinen Prototyp herzeigen und darüber philosophieren, wie der mal sein könnte, versuche ich wieder ein bisschen zu vermeiden. Ein paar Ausnahmen gab es ja immer wieder, vielleicht wenn irgendein Spiel in Entwicklung war, wo es eine Kampagne gab oder wo ich, sagen wir mal, daran geglaubt habe, dass das was Tolles werden könnte und teilweise auch richtig lag. Dann auch gern einen Notizblock. Und noch was Neues, soll es geben beim Notizblock eine neue Variante des Notizblocks, da möchte ich aber nicht zu viel vorgreifen, weil ich muss es noch fertig machen. Eventuell, wenn Zeit ist, schaffe ich es noch heute, bzw. kommt es am gleichen Tag wie Stimmungsbarometer, das ja auch schon ein wenig verspätet ist, zugegebenerweise immer wieder dasselbe Problem, nämlich die liebe Zeit. Cities Skylines, ja, das meistgespielte und glaube ich auch meistgeschaute Let's Play nach wie vor und wenn es für euch passt, machen wir da auch noch gerne ohne größere Pause weiter. Normalerweise mache ich ja gern Pausen, alle 10 Folgen, außer eben, es macht so viel Spaß, dass es keinen Grund für eine Pause gibt, bzw. der Bedarf so hoch ist, dass es keinen Grund für eine Pause gibt und bei Skylines trifft beides in dem Fall zu hoher Bedarf und hohes Interesse oder hohe Lust meinerseits, bzw. auch noch viele Ideen, die wir da gemeinsam verwirklichen wollen. Also City Skylines einmal, ja, geht einfach mal weiter, sagen wir mal in der Zwischenzeit auf unbestimmte Zeit. Dann haben wir Evil Genius, wo ich das Gefühl habe, wir nähern uns langsam dem Ende. Langsam, weil kaum meint man, es kommt noch eine Mission, poppen schon wieder 5, 6 neue auf. Aktuell, ja, sind wir da ja auf der ganzen Welt unterwegs und mit der ganzen Welt im Clinch dank der ganzen Diplomaten, die wir da gefangen genommen haben. Also da bin ich gespannt, was dann kommt, wenn wir die aktuellen Aufgaben alle abgearbeitet haben. Da werde ich mich ein bisschen informieren müssen, weil im Moment habe ich keine Ahnung zum einen oder anderen Thema. Aber im Evil Genius, denke ich, werden wir jetzt noch regelmäßig weiterspielen, bis es einfach fertig ist, damit wir Platz haben für was Neues. Und immer wenn wir zum Thema Rollercoaster-Dicoon kommen, und ich weiß, die letzte Folge ist eine Ewigkeit her, habe ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen, aber nein, ich habe nicht die Lust verloren. Es ist nur immer noch dasselbe Thema. Ich wiederhole mich da jeden Monat. Rollercoaster-Dicoon braucht einfach Vorbereitung. Ich kann nicht einfach loslegen, aufnehmen. Wenn ich brauche einen Plan, ich brauche Zeit zur Vorbereitung, Rollercoaster-Dicoon, eine Aufnahme mit Vorbereitung, dauert einfach gute zwei Stunden fast am Stück und die muss ich erstmal irgendwo ausgraben. Aber ist nicht abgesetzt, nicht pausiert, nicht storniert, was auch immer, geht auf jeden Fall so bald wie möglich weiter. Ja, und Simotrans haben wir neu gestartet. Mehr oder weniger erfolgreich. Im Moment machen wir noch nicht allzu viel Geld, aber hoffentlich ändert sich das noch. Zumindest lerne ich mal noch dazu, was das neue Pack angeht. Das 192 Comic, glaube ich, heißt es. Spielmeier aktuell. Und da muss ich mich auch noch ein bisschen zurechtfinden, was hier gute Waren sind, ob man weit oder kurz transportieren sollte, welche Züge man nehmen muss, etc. Aber ich denke mal, da steht auch keine längere Unterbrechung an. Können wir eventuell die Season 1 direkt in die Season 2 verlängern. Ja, und um um Abwechslung, um für Abwechslung zu sorgen, so ist es richtig, werden wir bei der gelegentlich nach Lust und Laune Kategorie vielleicht diesen Monat das eine oder andere wieder anschauen. Zu den Live-Sachen sage ich mal deswegen nichts, weil ich zwar immer vor habe, was zu machen, aber das dann sehr zeitabhängig ist. Und deswegen möchte ich jetzt nicht ankündigen und sagen, ja, ich habe vor in einer Woche oder was auch immer und dann geht es sich wieder nicht aus. Darum lasst es euch da einfach nach wie vor überraschen, wenn es mal geht, wenn mal Zeit ist, wenn mal Lust ist, gibt es einfach was. Und sonst, ja, müssen wir es halt ein bisschen verschieben. CSR4, da hätte ich Lust, eine Mission zu machen. Ich glaube, die gibt es diesen Monat. Die letzte war sehr erfolgreich. Also warum nicht noch eine dranhängen? Und Industriegigant würde mich so langsam auch wieder reizen. Mal schauen, was ihr dazu auch sagt. Gerne auch immer kommentieren und wünsche euch vor allem nach gelegentlich, zur gelegentlich nach Lust und Laune Liste beziehungsweise zur Pause Liste. Gerade ATREN 9 wurde ja sehr oft gewünscht. Da bin ich auch beim Grübeln, wie wir da weitermachen sollen. Das wäre nämlich auch so ein Aufwärmkandidat. Mal schauen. Retroplay, ja, selbes Thema. Wenn denn mal was kommt, dann kommt was. Und Railroads, ich glaube, das werde ich jetzt langsam aus der Liste rausnehmen, weil es ist und bleibt so eine Weihnachtssache. Und ich glaube, da macht man eine Weihnachtstradition ab sofort raus. Einmal zu Weihnachten schwimmen wir Railroads und gut ist. Ja, und Siebenhospital hätte ich auch den Monat vor, wieder eine Mission zu machen, dass wir auch irgendwann fertig werden. Ja, und jetzt haben wir so viel bei nach Lust und Laune, wo wir wieder eine Runde spielen könnten. Da ist noch die Frage, ob das kommt, startet bald. In dem Fall hier immer noch, dass Miley dann auch wirklich kommt und bald startet. Ich habe schon mehrfach angekündigt, was ich machen möchte. Ich würde sagen, dass... Na, moind. Sorry, muss man sagen. Ich habe es angeteasert, aber nie wirklich gesagt, was ich machen möchte. Deswegen sage ich es jetzt mal und wünsche mir ein paar Kommentare von euch, ob ihr das sehen möchtet oder nicht. Und zwar handelt es sich um Cultures Teil 2. Da ist ja die GOG-Version endlich auf Deutsch verfügbar. Und das würde ich gerne nochmal durchspielen. Vor allem nochmal, weil ich habe es einmal durchgespielt, aber ich glaube, ich habe mich am Schluss entweder sehr durchgequält oder durchgecheatet. Ich weiß es nicht. Bei jedenfalls ist es viele, viele Jahre her. Und Cultures 2 ist für mich eins der besten Spiele in dem Genre. Also eigentlich hat es mir fast besser gefallen wie Siedler. Und da ist es natürlich gefährlich, das zu sagen. Weil was mir bei Cultures 2 so gut gefällt, ist einfach die Berufe und der Rollenspiel-Aspekt. Also das ist ein super, super Mix aus Aufbaustrategie und Rollenspiel. Und es ist so lange her, dass ich es gespielt habe, dass ich mich an gar nichts mehr erinnere. Und von dem her war das toll, das einfach nochmal als Let's Play zu machen. Hätte ich extreme Lust drauf. Bitte gerne dazu ein bisschen kommentieren. Die Alternative war übrigens, um das auch noch zu verraten, Startopia, nachdem ich ja von der... Ah, Startopia sag ich. Quatsch. Space Colony, so. Space Colony, keine Ahnung, wie ich jetzt auf Startopia komme. Naja, ähnliches, grob ähnliches Genre oder eher grob ähnliches Thema. Space Colony, da gibt es ja nebst der HD-Version jetzt auch die Steam-Version. Und ich dachte, das wäre vielleicht eine Gelegenheit, mal Space Colony zu spielen. Das habe ich ja auch nie wirklich durchgespielt. Also Cultures 2 und Space Colony, die zwei Dinge stehen sehr weit oben auf meiner Wunschliste. Muss ich sagen, wesentlich weiter oben als wie Siedler. Und Anno, das ist ja auch schon oft ein Thema gewesen, aber Siedler habe ich einfach so viel gespielt und Anno ebenfalls so viel gespielt, dass einfach Cultures und Space Colony, eben zwei Spieler, die ich nur einmal bis ein halbes Mal gespielt habe, wesentlich attraktiver werden zum Durchspielen für mich und entsprechend, glaube ich, auch attraktiver zum Zuschauen. Aber eben da bitte gerne Kommentare. Ja, und dann überfliegen wir noch die Pauseliste. Die werde ich auch mal ein bisschen aufräumen, glaube ich. Wie gesagt, E-Train 9 überlege ich mir auf jeden Fall, das bald wieder zu starten. Die Frage ist, wann man eventuell so nach der zweiten Season von Simotrans oder so wieder eine Season E-Train einlegen? Das wäre eine Option. Banished fällt, glaube ich, seinen eigenen Namen inzwischen zum Opfer und das werde ich doch wegschieben auf unbestimmte Zeit. Auf unbestimmte Zeit, ja, geparkt, wie ich es, glaube ich, genannt habe. Weil selbst mit den neuen Mods, es wird einfach kein wirklich neues Spiel draus. Und wir haben relativ, ja, was heißt, viel Banished gespielt. Es hat sich sehr intensiv angefühlt, Banished zu spielen. Darum, ja, denke ich mal, genügt mir das für absehbare Zeit. Vielleicht, wenn mal ein Add-On oder so kommt, dann können wir nochmal drüber reden, aber das kommt eher weg. Und Factorio habe ich ein ähnliches Problem. Ich wollte ja wieder anfangen, habe entsprechend auch wieder reingespielt ein bisschen in den Let's Play-Speicherstand, um mich warm zu spielen. Habe aber irgendwie festgestellt, nein, wir haben es schon ziemlich ausgereizt. Bin mir nicht ganz sicher, was wir da als nächstes noch an größeren Projekten angehen könnten oder sollten. Da bin ich noch ein bisschen beim Grübeln. Ja, und Cities XL, ich würde sagen, das können wir langsam auch wegschieben auf beendet fast, weil Skylines hat das ja gut abgelöst. Bin mir nicht sicher, ob und wann wir noch mal Cities XL sehen werden. Ein paar Sachen haben wir ja noch offen, aber wann? Mal sicher nicht so bald. Ja, da muss ich irgendwo noch die letzte Emergency 2013 Kampagne machen, die letzte Mission der Kampagne, ich weiß. Und Prison Architect, ja, da würde ich sagen, das parken wir auch mal. Und wenn sich was Wesentliches noch ändert, wenn es da mal raus ist, dann kann man es öfter nochmal anschauen und eben von vorne nochmal ein neues Gefängnis starten, das einfach ein bisschen besser geplant ist, als wie das zusammengeschusterte jetzt vom ersten Teil. Ja, und Wendels Monday wird oft gefragt. Sobald wie möglich spielen wir das weiter natürlich live. Und This War of Mine, oh, zu weit, da gab es auch gerade ein großes Update, aber für meinen Geschmack nicht groß genug, um dann das Play draus zu machen, ist definitiv und bleibt definitiv ein Livestream-Kandidat. Ja, und Train Fever, ich sage mal so, da haben wir ja auch fleißig gespielt, darf auch ein bisschen abkühlen, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, wann und wie wir da nochmal eine Runde starten. Ja, und dann haben wir noch Wiggles. Ich würde sagen, Wiggles als Ablöse für Evil Genius, das wäre eventuell eine Option, die wir uns überlegen können. Gut, dann sind wir durch. Sehr ausführlich dieses Mal besprochen. Also bitte auf jeden Fall kommentieren zu Cultures 2 und zu Space Colony und gerne auch zur, ja, auf Lust und Laune Liste, was ihr von der gerne sehen möchtet. Gut, dann wünsche ich alles, ihr was Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, ihr denkt. Und baba. Tschüss, ciao, ihr denkt.